... das habe, hä? Aber ich muss... Ich muss da durch, hä? Soll ich vielleicht meine Einheiten doch Panzer nur auf Geschwindigkeit scheißen? Ich weiß es einfach nicht, verdammt! Ich glaube, ich habe irgendwas total falsch gemacht. Und was ist das? Und was ist das? Das ist die Basis. Da komme ich nicht rein, oder? Nein. Nicht mit so wenig Einheiten. Verdammt, warum ist mein Transport nicht mehr da? Was soll denn das? Okay, wo man zuletzt speichert, den darf man jetzt nicht mehr überschreiben. 23 über 40, 23 über 34. Also, ungetrunken darf man nicht mehr überspeichern. Wäre besser. Die halten so wenig aus, meine Einheiten. So eine Scheiße. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Nein. Schön da wegbleiben. Okay, neue Strategie. Oh, nein. Oh nein, Panzer. Scheiße. Okay. Ich glaube nicht, dass da rauf der richtige Weg ist. Vielleicht... 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 Kannste vergessen. Na ja, total. Okay, wir laden den da erstmal. Und fahren dann... Missionstimer aktiviert. Boah, 17 Minuten noch sch... Nur noch scheiße. Wir fahren nach rechts. Hoffentlich komme ich da durch. Okay, ich habe fünf Einheiten. Kein Problem, ey. Ich habe voll die Überarmee. Ich habe voll die Fettrakete. Was? Nein. Auf alles schießen sie wieder. Nur auf das, was auf sie schießt. Ja, warum auch? Schießt mal den Turm da kaputt. Der ist gefährlich, glaube ich. Hm. Geil, noch mehr Feinde. Genau, was ich gewünscht habe. Guck mal, Mami. Noch mehr Feinde. Äh. Das ergab jetzt überhaupt keinen Sinn. Jetzt tun wir das doch auch nix. Scheiße. Jetzt muss ich ganz schnell neue, extrem gute Taktik entwickeln, wie ich mit meinen wenigen Einheiten da durchkomme. Hm. Gigantische Strategenhirn hat einen neuen Plan entwickelt, innerhalb von wenigen Sekunden. Wir fahren einfach durch. Haha, wie brillant ist das denn? Eine strategische Meisterleistung. Ihr sollt da durchfahren. Nicht schießen, nicht stehen bleiben. Nein. Ah. Ich glaube es einfach nicht. Diese verkackte LKW hält meine Einheiten auf. Ah. Komm, weg da. Weg da. Ah, wie blöd seid ihr eigentlich? Ich hab nicht... Ich hab echt keinen verloren. Weg da. Weg da. Schön da bleiben. Komm jetzt ja nicht auf, du mit. Oh, bleib stehen und lass dich reparieren. So, genug reparieren. Nein, nein, nein. Weg da. Weg da. Die Einheiten sind ja wirklich dümmer als ich. Da könnte schon einiges dazu. Aber wirklich einiges. Selbst ich bin jetzt so blöd, direkt ins Sperrfeuer zu fahren. Ja, fahrt ruhig noch weiter, nein, komm. Eintreffender Aufklärungsbericht. Okay. Kommander, wir haben diese Nachricht an das New Paradigm entschlüsselt. Gute Arbeit. Sobald wir das Artefakt analysiert und bewertet haben, folgt die Belohnung. Kommander, Verstärkungen sind verfügbar. Zerstören Sie die Basis des New Paradigm und bergen Sie alle vorhandenen Artefakte. Sammeln Sie Ihre Truppen in Landezone 2, sobald die Mission abgeschlossen wurde. Oh, Gott sei Dank. Durch das Kurs habe ich einfach nur eine Einheit genommen, die extrem schnell ist und dann wäre gut gewesen. Okay, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen das und wir brauchen mehr davon. Wir brauchen alles. Wir brauchen, wir brauchen Länzer. Wir nehmen Länzer, wir nehmen Länzer und wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen. Noch Reparatur haben, jawohl. Und Panzer, Panzer, gib mir. Ein Länzer passt noch rein, Start-End, komm, auf. So, also dürfen wir jetzt... Warum haben die alle so coole Animationen bei den Nachrichten? Warum habe ich sowas nicht? Die will sowas auch haben. Eine coole, fette Grafikanimation, ey. Damit ich gleich weiß, ey. Ich bin wichtig, wenn mich jemand anruft. Hey, mein bildloses Telefonklingel, dem schicke ich jetzt gleich erst mal eine Videonachricht, bevor er mich ran kann. Ich bin mal wieder lustig. Ein Trauerspiel. Ja. Erst mal speichern. Auf Mission 8. Wir drei Einheiten verloren, ich bin stolz auf mich. Und jetzt hole ich meine Armee her und dann... Ich glaube, es dauert noch einen Moment, bis sie da ist. Wir haben es ja nicht eilig. Nein. Lege mich zurück. Genieße die Landschaft. Aus... Tollen Ausblick aus dem Fenster auf den Baum. Und... Was ist das denn da hinten? Benzintank, Sprit... Was ist das? Was ist das? Was ist das Grüne da hinten? Das hier? Was ist das? Keine Ahnung. Das ist der Geheimatomreaktor. Ja. Deswegen spritzen wir auch Treibstoff ein. Flüssiges Uran. Verstärkungen sind eingetroffen. Komm, leer, aus. Oh, jetzt muss ich noch eine Minute 30 auf die Rückkehr warten. Nein, Moment, du bist Reparatur. Hey, wir könnten damit angreifen. Das reicht bestimmt, um die riesige Basis auszuräumen. Nein, ach, zwei soll die doch sein. Oh, momomomomomomomoment. Ich fäll' hier grad Zeit, fäll' mir. Oh, noch ein paar Lancer, noch Lancer, Lancer. Kanonen, Kanonen, Kanonen. Kanonen, Kanonen, Kanonen. Noch eine Kanone? Ja, nimm mal mit. Nimm mal mit, was da ist. Zwillinge so ein Schienengewehr, genau. Genau. Oh, hey, schaut mal, ich hab ein Maschinengewehr. Noch einen kleinen Raketenwerfer, noch eine riesige Mauer, ne? Die werden mich da nicht mehr stoppen, ne? Oh, müssen wir das schneller machen, sonst sind die nächste Woche noch nicht da. Haben wir noch eine neue Einheit, die wir uns anschauen können? Nein, verdammt. Lancer. Kobra, halb Kerl. Nein, ich hab nur die da. Scheiße. Und, die Musik ist weg, oder? Ja. Warum hab ich jetzt keine Musik mehr? So leise hab ich's auch noch gar nicht gemacht. Nein, die ist immer noch an. Keine Ahnung. Warum hab ich keine Musik mehr? Was ist das für ein komischer Bug? Landezone nicht sicher. Landezone sicher. Sei sie nicht sicher. Komm, da steh ich die Panzer rum. Koma eins, melde es an. Landezone nicht sicher. Ah, jetzt geht das Ganze schon viel schneller. Ah, fick dich, die ist sicher. Landezone sicher. Was soll das? Zwei, drei Verlierer-Panzer rumfahren, heißt das so, ne? Dass die nicht sicher ist. Verstärkungen sind eingetroffen. So, wir brauchen mehr Verstärkung, komm, komm, komm. Flieg weg von der Map. Holen wir noch mehr Einheiten? Wir holen noch mehr. Wir haben die Zeit. Wir haben die Zeit. Mittelsgeschütz, Lancer. Einen Mörser wollen wir nicht holen. Punkbuster nehmen wir mit. Punkbuster, ist das schon der Punkbuster? Ja, ich hab zu Battlefield 1942 gespielt. Yeah, den besten Teil der Serie, meiner Meinung nach. Auch in Battlefield 2 ganz lustig war. Gut, ich hab's nie viel gespielt. Ich mochte das seit Combo immer viel mehr irgendwie. Weiß auch nicht warum. Ist einfach besser. Ist Fakt. Schluss aus Ende. Keine Diskussion. Ich hab recht. Ihr nicht. Ich bin allwissend. Ich bin Gott. Ich bin besser. Ich kenn Chuck Norris. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Aber eng ist halt eben bei der Gebrief. Ja, doch. Ein Transport geht noch, komm. Dann greifen wir mal an und schauen mal, wie weit wir kommen. Hey, da ist die Gartentour. Ups. Wir sind dagegen gefahren und alle explodiert. Es sind mal alle tot. Oh. Okay. Ja. Genau. Hä. Mal ein unlustiger Versuch lustig zu sein. So groß kann die Basis auch gar nicht sein, oder? Nein. Nein. Das sind nur so winzig kleine, so, so. So eine Dachterrasse ist das bloß. Ihr lautlos dahin schwebt. Verstaffungen sind eingetroffen. Okay. Speichern auf Mission 8.